Leichtmetall 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 bringt Geld viel Geld jetzt können wir an langen Sommertagen zusehen wie unsere Solaranlage für uns Strom erzeugt diese Poetik ach das Wasser schmeckt einfach köstlich finde ich auch herrlich herrlich total herrlich ja ganz herrlich ja ich weiß nicht wo haben wir denn das Erz ich habe noch nie Erz abgebaut oh Gott nein ich baue natürlich ganz instinktiv das Sonnenkraftwerk direkt unter dem Erz über dem Erz über dem Erz über dem Erz ooooooh gut ja da ist ja das Problem können wir später immer noch lösen setzen wir das einfach hier hin lassen wir jetzt erstmal so wir sind natürlich jetzt relativ knapp bei Kasse erstmal ich könnte jetzt einen Kredit aufnehmen das mache ich jetzt erstmal habe ich mir mittlerweile fast angewöhnt hm so und äh dann erstmal ein kleines Abwasserrohr Wasserrohr bauen wir mal hier Müllabfuhr machen wir das schon Müllhalde können wir machen auch hier hin neben das Sonnenkraftwerk obwohl nee den Platz brauchen wir für die Solarzellen hm mhm ah das ist so nah an den Bewohnern da brauche ich noch eine extra Straße für kann ich denn hier noch eine Straße lang bauen mal gucken ich kann es dir nicht sagen ah ja was mich gerade wundert ist dass das Grundwasser einfach nicht alle wird das ist ja also Trabant wird hier nicht hochkommen Trabi ach so ich habe gerade an den Mond gedacht aber die fahren ja bei uns immer noch rum die Ossis können sich keine Autos leisten oh ja ist ja auch logisch siehst du ja auch jeden Tag ja naja ich meine bei uns gibt es wirklich ja noch einige Leute aber vornehmlich ältere Leute die auch Spaß damit rumfahren ich habe jetzt hier noch ein nächstes Wasserteil herangebracht obwohl ich überhaupt ganz brauche naja es ist halt schon komisch äh freaky die kennst du ne der wohnt ja in Rostock ja und äh ja den habe ich schon mal in der Stadt gesehen bei uns ähm der wohnt in naja auf jeden Fall wohnt der auch in Rostock und der kriegt halt manchmal echt Kommentare wie kann man da leben und das funktioniert doch gar nicht all so ein Scheiß ne ich ne ja weiß ich nicht guck ich habe ihn früher relativ oft geguckt vor allem als er noch Rollercoaster Tycoon 3 gemacht hat so im ersten Mal und beim zweiten Mal auch und beim dritten Mal und keine Ahnung wie oft er das jetzt schon in das Bild hat aber ich kenne ihn relativ fett anfangen wundere mich aber auch also er ist auch wie Helloth er hat übelst viele Abonnenten aber halt sehr viele inaktive ja nützt dann halt auch nichts ja ich finde es einfach scheiße also inaktive Abonnenten nützen gar nichts ne überhaupt nichts nichts ja dann nehme ich gleich die ganze Straße ach ich brauche halt doch so viel Wasser ich mache Minus ich muss etwas dagegen unternehmen ich finde es cool wenn man sehen könnte wie viel Wasser einzelne Gebäude verbraucht ja habe ich auch schon überlegt wie viel Strom einzelne verbrauchen und Wasser und so weiter ich finde es gar nicht ich finde wie viel das AKW braucht finde ich ein bisschen komisch ich meine es gibt fast für alles ne Übersicht hier ne aber dafür nicht wobei ich guck mal drück mal alle Tassen oben Wasserkarte Grundwasserkarte ist das leider wobei ich meine auch zu behaupten dass es extrem aufwändig ist das realistisch zu gestalten mit den Werten ja gut es ändert sich ja auch immer der Stromverbrauch ja so hier Bevölkerungskarte Kunden ja das ist ein bisschen doof weil man sieht immer nicht wie viele Leute da wirklich drin leben sondern nur wie viele Leute da gerade in dem Haus drin sind ja und mitten am Tag sind da jetzt nicht ganz so viele Leute zu Hause sondern die meisten arbeiten irgendwo Friedenheitsgrad ist eigentlich überall ganz gut also da hinten sind wir richtig beschissen alles wir haben kein Geld mehr ihr verpisst euch einfach Arbeitslosigkeit natürlich vor allen Dingen hier die einen sind richtig scheiße der eine Betrieb wir hatten nicht genug ausgebildete Leute wir müssen zumachen geile Schlussfolgerung das ist bisschen unlogisch ne ja nur normal minimal das fällt gar nicht auf ne uaah freude dich die Karte ja spricht gar in Ordnung nächste Woche sind bei euch Ferien warte 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 ähm ich hab glaube ich gerade aus dem äh auf dem äh jetzt bin ich wieder drin das muss da echt nicht sein ich hab aus dem 12 gedrückt nächste Woche sind bei uns Ferien ja 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 bei uns auch anderthalb Wochen ne mh zwei bei uns ich hab nur anderthalb ich darf Donnerstag und Freitag wieder zur Schule für zwei Tage lächerlich ja man spart sich da zwei Tage Ferien auf und macht eigentlich in den zwei Tagen an der Schule absolut gar nichts ja das stimmt so ist es bei uns jedenfalls ja es ist relativ gleich so mal sehen gleich sollten wir wieder im Plus sein der zieht ein der zieht ein der zieht ein so wie es aussieht habe ich keinen Obdachlosen in meiner Stadt ist doch gut das sei und es fängt an zu regnen Arbeiter ich weiß worauf ich gespannt bin du? äh Pusini hörst du mich? ja ich bin total gespannt ich bin total gespannt drauf ob noch äh ein 4-Jahres-Zeiten-Add-On für SimCity rauskommt können ich können ich mir vorstellen wäre aber eigentlich ganz cool dass man sich dann äh um den Schneedienst kümmern müsste ja genau und äh dann vielleicht noch in die in die Winter äh Tourismus weißt du mit Skifahren und so weiter gehen könnte wär schon ganz cool da gibt's dann auch ein neues Gebiet das ist ein Skigebiet und für 5 Euro genau kann man sich dann auch noch ein neues Gebiet holen also ein neues Gebiet nicht zwei oder drei ein einziges ähm wo dann noch äh Sommer hat dann noch eins für 5 Euro wo man dann ähm keine Ahnung was gibt's denn noch? Herbst hier kann man echt wirklich schön Urlaub machen äh egal ja ja 10 10 10 10 er ist immer sehr preisbewusst 10 ist doch angemessen wenn die für hier ein paar Häuser für den Stadtzett da 10 Euro haben wollen ne aber jetzt mal äh den Preis außer Acht das wäre für finde ich schon cool wenn hier dann überall Schnee liegt alles vereist ist dann mehr Unfälle passieren und dann man dann sich den Winterdienst kümmern muss und so weiter ab Regie und so das wäre schon wow ja genau ja so wenn man dann bei Kulturen doch so so ne äh Schlagerhalle oder Schlagerpartyhalle dann ja ja hier könnte ich auch mal was bauen Brandenburger Tor hab ich noch nie gebaut obwohl ich's hab so ich hab auch noch nie irgendwas von Hellen und Schurken Sets gebraucht ne noch gar nicht ne noch nie beides schon und? äh naja der Wutwurm der bringt halt übertrieben viele Verbrecher und man kann die dann auch richtig losschicken da kann man dann wenn sich 50 angesammelt haben kannst du die alle losschicken und der hat dann halt auch Aufgaben für dich zum Beispiel ähm sorge dafür dass die Leute halt deine Verbrecher da 6000 Dollar zusammenkratzen bei Einbrüchen aber das freuen sich halt die Leute in deiner Stadt nicht und das ist einfach nur dumm also ich versteh nicht wie man das machen kann naja ich mein die Katastrophenschaden einen ja eigentlich auch nur ja aber ich mach trotzdem Spaß das stimmt hast ja recht hast ja recht hast ja recht so wie plane ich jetzt die Hauptstraßen Erzkarte mal verkaufte Delegierung nicht ich hab hier 10 Tonnen rumliegen bring die mal weg guckst du Julien's Blog? ja das kommen ja nicht allzu viele Videos ich glaub ich hab die meisten gesehen ich find's so geil ne also wenn man wirklich mal stumpf für Kacke braucht dann kann man sich das an kaufen ja ich find's halt krass dass manche Leute denken dass er alles ernst meint oh naja also ich weiß auch nicht es ist halt schon übertrieben es müsste eigentlich nicht so übertrieben sein aber man muss sie ja nicht so haben wie die Sachen zum Beispiel auch das mit der Deutsche Bahn das ist natürlich alles nur der übelste Witz zum Beispiel auch ja äh hier die die Lokführer sind die übelst faulen Schweine die sitzen nur in ihrem Zug rum und machen gar nichts das ist auch totaler Unfug ja ja oder auch wo er gesagt hat hier die die sind mit dem Arbeitsvertrag einverstanden und dann streiken sie weil sie mehr Geld haben wollen äh das wissen vielleicht einige nicht aber die meisten Lokführer haben hunderte Überstunden die sie nicht bezahlt bekommen und da ist es klar wenn man streiken geht mhm äh aber ansonsten also es geht zwar vom Belustigungsfaktor her sind die Videos schon gute Sache davon aber denke ich mal und nicht jeden Humor ja entweder man mag's oder man mag's nicht würde ich sagen oder eben nicht werde ich aber nicht ich höre dich nicht ja jetzt höre ich dich wieder ich hab gar nicht geredet und wir sind bei wir sind bei 18 Minuten oh bei 18 Minuten oh Gott oh Gott ok auf Wiedersehen auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal